Hey ihr Höhenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jumpy Jump Ja das ganze ist quasi Super Jump wie damals auf dem Multicube Server Aber da es den nicht mehr gibt jetzt hier auf dem Bergwerk Lab Server und ich würde sagen wir sind in der Runde So da sind wir auch schon in der Runde und dann geht es gleich los So gut lach ich habe den ganzen Spielmodus hier noch gar nicht gespielt Und wie ihr seht habe ich jetzt auch wieder einen neuen Hintergrund Das liegt daran dass ich jetzt in meinem Zimmer bin und ist deswegen jetzt auch noch ein bisschen Halt Das tut mir sehr leid aber das Problem ist halt einfach ich habe hier noch nicht so viele Möbel stehen Das Zimmer ist noch sehr leer ich habe hier nur mein Bett und dann noch meinen Schreibtisch Deswegen tut es mir sehr sehr leid Das war knapp so jetzt schnell hier nach oben und zack GG habt das Spiel gewonnen das ging ziemlich flott Und dann würde ich sagen da sehen wir uns in der zweiten Runde Oh da sind wir jetzt schon auf der zweiten Map Canyon Habe ich wie gesagt auch noch nie gespielt das war eigentlich meine allererste Runde Jumpy Jump auf dem Server hier So und zack und zack Ui und zack Okay Leute ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren weil abkacken möchte ich nicht So dann hier hoch dann hier hoch dann hier hoch dann hier hoch Und zack zack So das sollten wir eigentlich schaffen Und voila yes GG nice Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht er hat geschrieben ein Block Ja das ist die sind sehr kurz diese Jump Runs kommt mir so vor oder oder kommt es auch nur mir so vor aber irgendwie Die sind wirklich sehr 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 kurz aber egal ich würde sagen wir sehen uns in der dritten Runde So und da sind wir auf der nächsten Map und zwar Forgotten City gegen den lieben Blaze Blaze YouTube Good Luck Und äh ja ich bin ziemlich äh überrascht dass ähm das hier alles schon so gut funktioniert Ich dachte ja das ist alles noch Beta ist vielleicht noch nicht fertig Ui und da sind wir drunter gefallen Ich glaube das war unser Todesurteil Ich schätze mal dass wir die Runde jetzt verlieren werden Äh ich bin mir aber nicht ganz so sicher Denn er ist glaube ich auch noch ziemlich weit hinten so wie es aussieht Und zack 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 Moment so und yes GG Nice und die nächste Runde auch gewonnen Das geht ziemlich flott muss ich sagen Ähm was ich äh was ich wirklich gern möchte ist dass ihr mir vielleicht sagt Ähm wie ihr so die Kameraeinstellung findet Stört euch das dass hier hinten so ein Fenster ist ähm Ich könnte auch noch weiter nach hier gehen das heißt die Kamera hat dann so ein bisschen wechseln Findet ihr die Kamera von der Seite besser oder hättet ihr den lieber frontal Äh redet einfach mit mir schreibt es mir in die Kommentare MP und äh ja dann würde ich sagen sehen wir uns bei der letzten Runde So und da sind wir auch schon bei der letzten Map namens Arena Ich glaube die Maps die wir jetzt gespielt haben bisher das sind die einzigen Maps die es derzeit gibt Das bedeutet ich habe eigentlich alle Maps äh die es gibt äh gespielt das ist ja eigentlich schon mal ganz gut Es wird ja natürlich auch noch neue Maps geben also das das bleibt nicht so es wird auf jeden Fall noch neue Maps geben Und äh ja da freue ich mich auch schon mega drauf äh das ganze ist halt alles noch in Entwicklung Ähm das muss man halt auch dazu sagen man darf da jetzt nicht irgendwie die äh perfekt fehlerfreie Spiel erwarten Hui und GG und auch das vierte Spiel haben wir für uns entschieden ähm Und ja ich würde einfach mal sagen Leute wenn ihr mehr Jumpy Jump wollt oder ihr das auch wollt dass ich das mal in einem Stream spiele oder so Dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben oder mit einem Daumen nach oben zeigen Ich würde einfach mal sagen Leute das war's haut rein äh haltet die Ohren steif macht's gut und ciao